Ist der wie ein beschissener Kaffee? Ja, mach es. Feuerstorff. Komm, lass es weg! Du bist Ente! Was für den das dein Wunsch ist. Komm, komm! Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ich steh auf komischem Schuh. Das Ding erinnert mich voll an sich rein, weil sie diese komischen Rückschuhe hat. Stimm. Lol. Kremota- oh nein! Kremota ist schade! Los, mach mir Schlimms draus. Kremota! Kremota! Soll ich dich totschlagen? Aber warum ist es nicht so effektiv? Entschuldigung aber. Geht nicht. Keine Wirkung. Abfuck! 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 Oh. Genau, vor allem. Dann noch Items. Äh... Kraftwurzel. Ähm... Bam. Jaaaa! Jaaaa! Yup. Ja. Oh Gott. Danke für die Eupho. So, schnell. Mach's Feuer schon! Blast es rum! Guck mal, lass halt. Fuck, warum gehst du nicht tot? Scheiß Tank! Oh, es brennt! Geil! Es brennt! Es brennt! Es brennt! Es brennt! Jaaaa! Krabhammer ist so ne Scheiß-Attacke! Oh! Crabhammer! Crabhammer ist so ne Scheiß-Attacke! Crabhammer! Oh! Aua! Mehr kann's auch wieder abziehen, ne? Au! Piskill! 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 Ähm... Feuer ohne! Tza hashtag it! Pokémon... StOne mode... ...Taphos causen... ...PROKA! ...TRAUSHE! LUCHA A» LUCHA! Ich bin zwar voll ohne level'ed, aber ich glaube ich ze krieg es nicht. Mein Magen, wem Scheiß... Oh, ich bin jetzt diese Katze da. Katze kratzer im Schluck. Pinsel? Oh, Pinsel. Pinzecke oder Pinzecke? Pinzecke. Eine Pinzecke und eine Zecke. Eine Pinzecke. Warte hin. Sieht auch wie eine Tengue. Donnerblitz. Gib mir doch einfach dein Kraft und Pokémon. Überwunder, fuck. Oh nein, nein, das ist eine Kraft und Pokémon. NIE! Scheiß Fuckie. Greif an, mach mir das Creme-Tacto. Oh Gott, das hat er. Plop. Plop. Acousti. Acousti. Da! Da ist das Creme. Da ist das Creme-Tacto. Komm, einfach roh den Ball raus. Ich kann's bloß grad noch nicht. Weil, ähm, hier, Yama fliegt grad noch. Auf Ergo, sie greift gleich an. Und dann hätte ich nur eine Chance den Pokéball zu werfen. Und dann würde er den auch einsetzen. Und das wäre nicht so schön. Deswegen muss ich warten, bis Yama angegriffen hat. Das ist mir egal. Auf Pinzecke! Yeah! Das kommt. Ich weiß nicht. Schön. Aha, gar nicht. Nein, nicht App ihn. Fuck, ich hab muuss! Ghoumack! Oh, das war am Instant! Boah. Oh, macht einfach. Tank. Kizuna ist jetzt offiziell mein Tank. Weil irgendwie sie hat... Ich hab mir mal die ganzen Stats von der Pokémon angeguckt. Die hat so ein Verteidigungs- Ey, das ist voll gut. Meisterwahl benutzen. Panzer Ehron. Items. Meisterball tauschen mit Pokéball. Und dann machst du bitte noch mal Kampf. Bodyslam auf Pins hier. Jetzt muss ich ganz viel Träger an. Das ist so schön. Das ist so schön, ja. Das ist mal so Katze. Kann ich mal... Please catch it. Ne, Meisterball ist ein Korn. Scheiße. Geht's mich kack an. Würde ich mal brauchen. Das einzige Pokémon, was eigentlich meist dabei... Ähm... Hier... Ausweichen kann, ist ein Welser. Ja. Ja. Ich trau mich gar nicht um. Ich trau mich gar nicht um. Ich trau mich gar nicht um. Das sah krank aus. Oh! Geschafft. Oh, wie krank er! Das war krank. Du bist ganz schön stark geworden, Farrowin. Oh, da sollen die Fühler hängen. Das ist voll der Käfer. Wie wär's, Farrowin? Wollen wir nicht wieder gemeinsam eine Sache machen und ganz von vorne anfangen? Du und ich. Wir beide. Die Krallmaschine. Nichts in der Welt würde uns aufhalten können. Was sagst du dazu? Jo, wieso nicht? Nein. Scheiße. Pah! Mach doch klar, dass du das sagen würdest. Na gut, ist schon in Ordnung. Für dich gibt es sowieso keinen Ausweg mehr. Los, man erwartet sich schon. Geh ich gleich hoch. Ich geb mich jetzt mal ein. Irgendwo. Wobei, ich trau mich gar nicht da. Wieder rein. Weil mich, äh... Nee. Weil ich weiß, wie scheiße stark die da oben sind. Haben wir ja gesehen. Ich glaub das stärkste ist... Wobei die eben gerade waren ja auch 53 so, ne? Weil ich glaub das stärkste Pokémon da oben ist 55. Ach, das krieg ich hin. Ich bin am überlegen, ob wir nochmal die Pokémon wechseln. Man wüsste jetzt, welche Pokémon jetzt da oben dran sind. Wir machen so. Wir drücken nochmal kurz auf Pause. Und, ähm... Dann, äh... Sagen wir euch gleich, wie wir das Team zusammengestellt haben. Bis gleich! So, Leute. Da sind wir wieder. Ähm... Wir waren jetzt eben nochmal einkaufen. Und, ähm... Haben jetzt nochmal eben ein paar Items besorgt. Ähm... Unter anderem noch ein paar Vitalkräuter, Kraftwurzel, Heilpuder etc. Haben dann nochmal, äh... Und, ähm... Ja. Eigentlich bin ich bereit. Ich bin bereit. Oh mein Gott, meine Stimme! Oh mein Gott, meine Stimme! Oh mein Gott, meine Stimme! Oh, der Typ ist weg. Egal. So, dann gehen wir mal hoch, klub ein paar Pokémon, wa? Oh mein Gott, meine Stimme ist weg. Und, ähm... Yeaaahhh.... Es geht也可以. Da gucken wir, das Rohr überhaupt. Ist das geil oder ist das geil? Was für ein Studies. Alle haben Glitch. Die ganzen Leute haben Glitch da oben. Ich kann's halt! Du bist spät dran, Farodin. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, Darkrai hätte dich erledigt. Wie auch immer, du bist Team Krypto einer Entschädigung schuldig. Das siehst du doch hoffentlich an. Du wirst in diesem Konosseum kämpfen, um die Schäden wieder gut zu machen, die du angerichtet hast. Ich erwarte von dir einen Kampf, der unser Publikum begeistert. Arsch. Bekannt halt. Oh, Mann 2. Für so ein Publikum wird man richtig nervös, oder? Dann darf man nichts verkehrt machen. Ich werde die ganze Zeit auf die Windel in Ordnung. Zeit für ein Duell. Burdi-Böder-Ramba-Ramba-Ramba-Ramba-Ramba-Ramba-Ramba-Ramba. Ohhhh. Ein Tipps. Mach ich dabei auch. Mein Bambustock. Mein Bambustock, mein Bambustock. Mein Bambustock, mein Bambustock, mein Bambustock. Mein Bambustock, mein Bambustock, gib mir den... nein, gib mir den Hut, gib mir den Rock, aber bitte nicht mein Bambustock. Verdammt, da ist halt auch ein Mildring, was das noch überhaupt kommt. Jep. Und mutigweise hätte ich das Pokémon direkt danach angegriffen, als was so ist. Nein, egal. Von einem aus unserer Konfi, da ist das ja voll das Hass-Pokoll von denen. Hehehe. Oh, Pokémon 2! Bummi-End. Konfusion! Safety-Torch! Ah, ich find das Level von denen ist akzeptabel. Schön, wir sind noch 140. Wie gesagt, das stärkste ist 55. Also, das tut sich nicht viel. Das sind die Level hier auch noch. Eben. Ah, Level auf die Trommel. So. Ja komm, ich mach's so fertig! Lampada! Lampada! Single! Boah, Herzinfarkt! Oh, Drama-Kind, ey! Hör doch mal auf! Dancing on the Moon! Dancing on the Moon! Baaah! Tschu! Weltrass voll cool! Bobby, hast du es gehört? Ist voll cool! Eichstrahl... was?! Ist kein Eichstrahl? Was ist denn das denn? Diese Kuli-End. Bobby ist voll cool, wenn er stirbt. Was? Ah, wir Schnur-Schnur-Schnur-Schnur-Schnur-Schnur-Fafaa. Warte mal, Point und Zwei, was ist das denn? Was? Sehr normal, Pokemon. Machen! Diese Kuli-End ist ja auch nicht mehr. Jupp! Ich hasse die Welt mir. Oh, das hat ne Zwei in seinen Namen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Boah, mir fällt gerade auf, dass das für ihn nicht Porygon oder Porygon heißt. Oh, wir haben alle die Jahre gleich ausgesprochen. Porygon. Porygon Zwei. Ich finde es komisch, es gibt ein Porygon, ein Porygon Zwei und ein Porygon Z.